Hallo und Herzlich Willkommen bei RedDogGamble. Ich bin natürlich auf die Erde nach ein Ticket und heute habe ich das Spiel Infinity Kingdom. Ich werde das Spiel mal starten. Ein bisschen warten. Gut, meine Rache. Okay. Wie ging das Spiel nochmal? Gehen wir erstmal auf alle roten Punkte. Da ist noch ein roter Punkt. Das Spiel habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Das war glaube ich letztes Jahr, das letzte Mal. Ich glaube dieses Jahr war noch nichts. Oder? Ich weiß es nicht. Ein Gratisdreh. Was haben wir hier? Ein Gratisdreh. 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 Vor 45 Tagen. Okay. Vor 46 Tagen. Oh... I beg your forgiveness Es sind zwei Sterne Das sind aber komische Sterne Okay, dann haben wir das alles Gehen wir mal rein in mein Tutorial Tutorial Territorium So, betreten Gratis Gratis Okay Meine Dailies Das sind die, die ich gleich abschließen werde Oh, Level 6 Talente Achso Dann muss man noch speichern Okay Okay Gegenstände Was hab ich denn da Schönes Und die hab ich neu Und die hab ich neu Als Hexe Gut Ähm Jetzt geht's los Wir gehen auf die Wir gehen auf die Dailies Tägliche Aufgaben Ich schließe drei Kampagnen Im Grunde Zeit Okay Und die Zeit Ist wo schon der hier oder? Ne Wunschbrunnen Was ist das ja? Oh 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 Ja Dann trainieren wir erstmal die Truppen hier So Trainieren 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 Was ist das Die Punkte? Ja Doch Die kann man benutzen Schließt Das haben wir gerade schon mal Beschwörer Noch vier Beschwörungen Normale oder Fortgeschrittene Ach Mensch, was war das gewesen? Ne, ne, ne Beschwörer fünfmal Also Egal ist das ja nicht Weil ich hab schon zwei gemacht Aber Einer steht nur da Dann warte mal nochmal Fünfhundert Leute heile Besiege zehn Knome Und Es gibt keine Kugeln, ohne Kugeln. Ok. Was tut das? 3 mal Wasser, einmal Feuer. Ich bin ganz verwirrt hier bei dem Spielkrade. Gehen wir weiter. Wird ein Gebäude auf, das kann man ja schnell machen. Zum einen Gebäude. Das funktioniert, und dann packt ihr es. Der Mönchmür hat mich schon mal an, oder? Das habe ich schon lange gemacht. Okay, dann müssen wir hier rausgehen. Da ist, glaube ich, ne Beschwörung gerade ist. Dann schauen wir jetzt mal schnell nach der Beschwörung. Also ein Gebäude aufgewertet. Das war die zweite Beschwörung. Gut. Gut. Kurita, Allianz, schön gut. Guck, 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 Guck. Angriff ich verstehe das nicht Angreifen Einleiten, äh, Egalisieren, wir können nicht angreifen Ich muss doch ein Greifen, ich muss angreifen Eieieieiei Was ist das hier? Das ist doch Fünf Okay. Das geht auf Level 5. Jetzt kommt nicht auf Level 5. Okay. 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 Oh ja. Oh ja. Meine Blocke ist doch gleich... Nein, das kann ich auch nicht machen. Ich habe keinen Brief bekommen. Haben wir hier noch? Mit dem in mind... Kampf wie ein Mastiff für Genghis Kahn! Okay... Okay... Gatiss... Die Übersprungen... Das sieht doch schon noch sehr gut aus. Zwei neue Charaktere... Musik. Hmmmm... Das war's für heute. Okay. Ach, du Buch, das heißt vier. Das Werte ist natürlich ein bisschen dumm. Da müssen wir jetzt noch warten. Ach je. Was habe ich denn noch hier? Und das geht deshalb Level 5. Beschwörung, kommt gleich noch zwei. Und trainieren, 10.000 sind vorbei. Und... Da, da. Heiden, 100. Können wir da machen, wenn wir angegriffen haben. 10 Stück von diesen Typen. Warum kommt das mal? Ah, warte. Ich kann ja nur informationen machen. Äh... Direkt. Und... Schienen wir da. Oder... Ich mach den auch noch. Beständiger. Okay. Ich dachte ich könnte... Zwei Truppen machen. Ich dachte ich könnte... Zwei Truppen machen. Aber das geht nicht. Ich kann noch nicht angreifen. Ich kann noch nicht angreifen. Oh, da sind welche fertig. Lookö. Ich gehe das Spiel. 면서 Uf... 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 Uff... jetzt bräuchte ich zwei zwei Handwerker okay für einen Tag und für zwei zwei und Das war's für heute. Das war's für heute. Hmm. Das war's für heute. Guck mal, okay. Das ist sechs Minuten. Warte mal. Dann trainieren wir die erst mal. Der komische Vogel. Okay. Das war's für heute. Oh. 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 das ist doch gut das brauche ich noch drei Minuten und eine Minute ein ein kein die Level 0, Level 1, Level 5, Level 5 und Level 25 Okay, let's move up on here, let's move up Ok, jetzt kann ich jetzt mal so lassen. Oh, macht ja. Geht gerade aus. Wie ist das? Dann ist er jetzt auch schon fertig. Jetzt können wir in die Kamera rein gehen. Springen. Eins. Herausforderung. Herausforderung. Wie viele Vellen sind das? Zwei. No. Victory. Beenden. 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 Auf Oh Das ist gut Oh, das kaputte noch schnell fertig. Da ist ne Burak. Ah, ich hab da noch. Ich hab da noch 40%. Hmm, ich bin ein Gigant-Support. Oh, das ist ja so ein Objektifetto. ich bin schwächer ich bin schwächer dann war ich wohl taktisch besser bei denen spiele taktisch das später kann man vielleicht sagen ich bin schwächer später kann man wahrscheinlich sagen taktisch weiter kann man auch hier andere spizieren ich bin schwächer 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 krankenhaus krankenhaus heilen nix im heilen dann dann würde ich jetzt nochmal hier drauf gehen die jetzt zu probieren wach 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 wird Oh, da stand ich habe schon 400 geheilt. Oh, da stand ich habe. Ja, die Mauer können wir gleich nochmal aufwerten. Einmalsegel. Ich brauche 40.000. Noch 4.000. Muss ich draufhören? Ach Mensch. Bitteschön. Und dann habe ich noch... Warte noch, was für ein Ressourcenbuff war das? So, da. Benutze ein Ressourcenbuff. Gegenstand. Ressourcenbuff. Also ich würde hier sagen, dass wir Steine abbauen. Holz. Oh, fangen wir hier mit. Ach, da habe ich gar nicht. Ich schaue auf, was ich habe. Ich habe nichts. Nein. Ich habe hier gar nichts. Das, das ist... Hm. Er kann... Herr Kuss. Ich spüren es nicht... Nein, muss ich mir sagen, lucen wird. Ich habe hier ein Ressourcenbuff. Ich füRed für einen Ressourcenbuff. Kann ich tun? Ich habe diese Ressourcenbuff für einen Ressourcenbuff. Dann habe ich eine Ressourcenbuff. Okay Gegensteine vom Markt kaufen 5 Stück Und was den Taten wechseln Der Markt erst Da ist der Markt ab Level 7 Ach Mensch, das tut doch auch eine Ewigkeit Naja, gut Ich mach für heute hier zu Schluss hier Ich werde Das erstmal soweit noch weiterspielen Bis jetzt ich alles freigeschaltet habe Um nächstes mal in Ruhe Die Äh Quest alles zu Beendung zu fertigen Ja, genau Also dann Endlich mal spielen Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dann wünsche euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss 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 Tschüss